Hallo zusammen und willkommen jetzt hier zu meinem, ja, ersten Video aus meiner kleinen Raumdesign-Serie. Ja, ich hab mir einfach mal gedacht, da ja schon die Möglichkeit jetzt hier in die Sims 4 besteht, euch nicht nur komplette Häuser zu liefern, sondern auch einfach nur, ja, einzelne Räume. Wir haben angefangen hier jetzt in der Serie mit einer Küche. Ich hatte auf Twitter und auch auf Facebook mal nachgefragt und da kamen ein paar Antworten, dass Punkt 1 Interesse an der Serie besteht und es wurde sich unter anderem halt auch eine Küche gewünscht. Wir werden natürlich noch weitere Räume folgen, wie Badezimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer und so weiter und so fort, was eben zu einem Haus dazugehört. Habt ihr bestimmte Wünsche, was jetzt hier meine Serie angeht, was ihr auf jeden Fall an Zimmern haben wollt? Vielleicht auch ein paar Details noch dazu, was ihr gerne in den Zimmern haben möchtet, also sprich so ein paar extra Wünsche eventuell, die ich dann vielleicht noch mit einbauen könnte. Dazu sei dann direkt aber auch gesagt, dass ich dann nicht auf jeden Wunsch wirklich konkret eingehen kann und auch werde. Vielleicht lässt sich da irgendwo ein Mischmasch daraus irgendwie basteln, dass ich dann vielleicht ein paar Wünsche halt in einen Raum halt zusammen mit irgendwie einbaue oder so. Das schaue ich dann einfach mal spontan. Ja, ich hoffe, euch gefällt meine kleine neue Serie. Habt mir einfach mal gedacht, die Möglichkeit jetzt zu nutzen hier in Sims 4 halt nur die Zimmer teilen zu können. Und ja, siehe da, der erste Raum ist fertig und ist auch schon in der In-Game-Galerie zum Download bereit. Die Hashtags findet ihr wie immer hier in der Videobeschreibung, worunter ihr das, äh, das Haus, ja, das Haus wollte ich schon sagen, äh, worunter ihr das Zimmer bzw. die Küche findet. Und hoffe, ihr habt, wie gesagt, Spaß an der Serie. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, falls ihr das Video gefällt. Und vielleicht ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ihr keins mehr der Videos verpasst. Und sage dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht es gut. Tschüss. Und dann, bis zum nächsten Mal. Und dann, bis zum nächsten Mal. Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.